Jetzt mal eine Tour, die ich mir heute vorgenommen habe. Heute geht's König leiten, wieder halb rauf und dann hinten rum und wie immer schauen wir, was uns erwartet. Es ist leider schon spät, sonst gehe ich immer schon zum ziehen los, aber können wir die Sonne noch mindestens dreieinhalb stunden ausnutzen, also alles safe. Wie sich dieser Berg in Wasser spiegelt, fuck. Schaut euch das an, das ist unsere Welt, der Planet auf dem wir leben. Nächter Nature Boy, auch noch barfuß, das ist richtig schön, sieht sich so gut an. Dieser kleine Gipfel ist so schön, finde ich. Und ich gehe jetzt hier hinten weiter und da unten den Weg, den ihr seht, das ist mein Rückweg. Das wird dann ein Spaziergang, ganz entspannt. Jetzt die König leiten Schmerzen. Das ist gerlos. Und das bin ich. Aber jetzt gibt es erstmal eine kleine Stärkung. Eine Apfel. Barfuß ist echt das Schönste. Warum habe ich das nicht früher gemacht? Fühlt sich so gut an, der Boden so weich, das einzige ist beim Schnee. Es ist arschkalt, fang ich wie so an zu brennen. Seht ihr hier, das sind Kuhfladen, die schon richtig, ähm, ja, am abbauen sind. Ist auch nicht schlimm, wenn man da reintritt. Ja, hier ist richtig viel Klacker von allen möglichen Tieren. Alles gut, das ist natural. Das fühlt sich schön weich. Das kann man ja sauber machen, das ist ja kein Problem. Ähm, eh in die Badewanne. Und jetzt wird es, wie gesagt, ein Spaziergang. Jetzt geht es hier nur einmal hinten rum. Ich hoffe nur, ich verbrenne mich nicht so sehr, weil ich habe mir nur ein bisschen Kokosöl auf die Haut geschmiert. Ich benutze keine Sonnencreme, weil das Vitamin-D-Aufnahme blockt. Und da halt nur Chemikalien drin sind, die mein Körper nicht braucht. Äh, aber heute fahre ich nicht richtig lang in der Sonne. Vor allem, wo ich dem Snowboard-Leeren-Golf war. Da hat halt der Schnee voll reflektiert. Aber wiegen Power, meine Freunde. Gitarren-Golf gaat um! Gitarren-Golf verdient, würde ich sagen. Habe ich gesagt, er soll laufen. Siehst du das? Ja. Wo? Da der links an im Feld. Klar. Ich sehe es halt nicht. Siehst du nicht, da links an die braune Stelle? Ah! Oh, lass mir in die Sonne, mir ist kass. Ja, wie läuft's, Charlotte? Ja, voll gut. Ja? Schaffst du es runter? Ja klar, sogar bei Zonen. Okay, und Julian? Ja auch. Ja, du bist der größte Chiller, Mann. Der größte, geilste Soberlehrer. Oh, shit, Mann. Oh, yeah. Julian, was haben Sie zu sagen? Oh, meine Beine sind überraschend. Shut up, Dad. Natürlich. Nein. Ja, hau die Hacken rein. Alles doch. Natürlich. Aber ist doch nicht schnell. Ist ja blöd. Ich gehe mit dir gerade Gassi. więhкуh. Wie ut? Du von. das ganze ändersTomade. Absatz gucken,